Hallo, grüß euch. Also auch die glücksten Köpfe können ja mitunter den größten Bullshit reden. Max Planck hat einmal gesagt, für die Religion steht Gott am Anfang, aber für die Naturwissenschaft das Denken am Ende. Also nach dem Motto, die Naturwissenschaft haben so den großen Überblick. Beim Glauben, da sind wir uns ja wohl alle einig, da einigen sich ja alle, du musst ja irgendwie an etwas glauben, ohne die Wirksamkeit zu kennen. Und das ist ein Riesenproblem. Seht ihr, das mit der Naturwissenschaft und des Denkens, das ist so eine Sache. Die Naturwissenschaft beharrt darauf, dass alles beweisbar werden muss. Das muss alles bewiesen sein, das muss alles im Labor am besten nachgewiesen sein, dass sich das so und so verhält. Nun sage ich dir, dein Labor ist dein Leben. Dein Leben gibt dir die Antwort darauf. Dass wir uns immer angewöhnt haben, immer überall zu gucken, wer gibt mir denn jetzt die Antwort und wo kann ich denn wohl am besten verabschieden? Aber wo kann ich es vermeiden, dass man mich anlügt? Nicht, alle Leute haben schon so viel gesagt und alles hat sich als falsch erwiesen. Ja, natürlich hat sich das als falsch erwiesen. Logisch. Denn in deinem Denken passen die Ansichten eines anderen Menschen gerade mal nicht. Wenn jemand der Meinung ist, das muss so und so und so sein und du aber eine ganz andere Vorstellung hast, ist es ziemlich idiotisch, deine Vorstellung an der Nage zu hängen und dessen Vorstellung zu folgen. Wenn du, wenn du dich nicht, wenn es dich nicht wirklich überzeugt, was er da gerade sagt. Und wenn er sagt, nee, nee, das ist schon in Ordnung, macht er mal eben so. Ich denke, dass das, was ich sage, äußerst logisch ist und nachvollziehbar ist. Denn in deinem weißen Licht, das schwöre ich dir, oder das würde jeder sagen, oder es ist allgemein verständlich, lösen sich deine Probleme auf. Man könnte auch sagen, deine Verspannungen, deine Verknotungen, alles. Die Blockaden, es löst sich wirklich in einem federleichten weißen Licht auf, weil es keine Verspannungen kennt, auch nicht kennen kann. Wir sehen die harte Materie und glauben nun allen Ernstes, dass das ein Faktum ist. Es ist es nicht. Denn frag dich doch mal selber, wo kommt die Materie denn her? Ja, die Materie ist eine Verdichtung von Energie. Können wir uns darauf einigen? Auch ohne, dass du herumschreist, das ist ja gar nicht bewiesen. Also wenn du das immer noch nicht kapiert hast, dann ist dir nichts zu helfen. Also nochmal, wenn die Materie eine Verdichtung der Energie ist, dann muss es, wo es eine Verdichtung gibt, muss es auch eine Auflösung geben. Klingt das logisch? Das wollen wir doch schon gucken. Damit es auch die Letzten kapieren. Und jetzt weiß ich auch, dass ich mit dem, was ich denke, etwas praktisch zuzementieren kann. Ich kann also alles, was ich denke, alles, was ich mir so vorstelle, alles, was ich so fühle, alles, was ich so glaube, denn was ich glaube, das denke ich dann natürlich früher oder später auch. Nun, das wird sich in meinem Leben dann zeigen. Als ewiges, unverrückbares Mahnmal sozusagen. Je länger ich daran klebe. Je mehr ich mich davon innerlich trenne und es gar nicht mehr für relevant halte, denn je mehr kann ich mich davon auch befreien und davon auch lösen. Siehst du, es hat überhaupt gar keinen Sinn, mir zu sagen, haha, wir hören noch voneinander oder ja, die große Rechnung kommt noch nach oder sonst irgendwas. Ja, es kann ja sein, dass dann von irgendwelchen vergangenen Verfehlungen die große Rechnung noch kommt. Aber sie wird mich verfehlen, denn ich habe dafür gar keine Antenne mehr. Nicht, wenn man nicht sehr hell geworden ist. Nicht, wenn ich eine sehr hohe Schwingung habe. Und deine hohe Schwingung bekommst du nun mal am besten von deinem Dual. Von deiner höchsten Vorkommenheit von dir selbst. Das kann ja nun nicht so schwer zu begreifen sein. Als wir das Leben begannen vor, was weiß ich, wie viele Tausenden von Jahren hier auf der Erde meine ich, da hatten wir davon wirklich keine Ahnung. Und wir konnten das auch nicht verstehen. Wir sahen in den Himmel und konnten die Anordnung der Sterne nicht begreifen. Wir verstanden eigentlich überhaupt nichts. Und so machen wir uns alle möglichen Reime auf irgendwas. Und unser Denken war wirklich extrem, wie soll man es sagen, blockiert. Wir waren total festgefahren, weil wir Schlussfolgerungen aus Dingen zogen, die zwar anderen für sich richtig waren, aber im Ganzen die Schlussfolgerungen dann falsch waren. So ähnlich wie heute die Wissenschaft. Das Faktum, jedes Faktum, was die Wissenschaft beweist, ist korrekt, richtig. Alles ist so gesehen richtig. Aber die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, sind falsch. Und sie weisen auch ständig auf etwas anderes hin. Sie weisen auf ein total verkrustetes, beschränktes, eingeengtes Denken hin. Und sie werden dich dort auch gefangen setzen, wenn du nicht selbst beginnst, dein eigenes Licht in dir zu erkennen. Und das daran auch festzuhalten. Das zu wissen. Das zu erkennen, dass du das tatsächlich bist. Siehst du, man hat immer von uns allen verlangt, an Gott mal zu glauben. Gott wird es wohl machen. Nun, da war nicht mit mir zu reden, weil ich will nicht, dass irgendjemand etwas wohl macht, wenn ich nicht weiß, wieso. Ich will wissen, warum. Ja, und diese Erklärungen, in deinem Licht lösen sich deine Probleme auf, na, die läutet immer ein. Aber dann kam natürlich die Krücke gleich hinterher, oder der feine Fuß gleich hinterher. Wenn sich meine Probleme in meinem weißen Licht auflösen, in meinem eigenen Licht auflösen, ja, dann muss ich ja selber Licht sein. Ach. Okay. Es hat eine ganz gut zusammengefasst, als ich dachte, dann können wir ja eigentlich nur die Heilung für uns selber sein. Ja. Ja. Anders ist das nicht zu machen. Sonst stehst du wirklich ständig vor irgendetwas und weißt genau, dahinter ist echt die geilste Party, aber du kommst nicht rein. Weil du den Zugang dazu nicht hast. Weil du den Schlüssel nicht besitzt. Weil du da praktisch nicht durchschöpfen kannst. Und weil du da auch, weil sich da von dir die Tür nicht öffnet. Ich meine, wir haben, wir haben ja nun wirklich auch schon durch diese alberne Corona-Krise da nun wieder, da hatten wir ja nun, da sind wir aber schüttet worden mit Dokumentationen über die Viren, wie das Virus arbeitet und so weiter. Dass das Virus einen bestimmten Schlüssel hat und dass das Virus sich da erstmal durch die ganzen anderen Abwehrmechanismen des Körpers durchmogelt und was weiß ich, was so alles. Mensch, Leute, geht einfacher vor. Wenn ein Virus eine bestimmte Schwingung hat und sie zufällig mit deiner Schwingung korrespondiert, wirst du es bekommen. Das ist ja gar keine Frage, das kann doch gar nicht anders sein. Aber ihr stellt darüber Forschung an. Um das auch hier so kompliziert wie möglich zu machen. Es macht dir auch Freude, nämlich den Mediziner. Es ist ja ein Lebenselixier. Es ist unglaublich spannend für einen Mediziner, jeden Morgen aufzustehen und gut zu frühstücken oder auch nicht und dann ist man nach Bord zu eilen und dort also rauszukriegen, was haben denn die Ergebnisse ergeben, wie ist das denn und dann darüber nachzudenken, was das für Beweisungen könnte. Natürlich ist das für einen Mediziner spannend und für einen Wissenschaftler auch. Und weißt du was? Die Freude gönne ich Ihnen. Die gönne ich Ihnen wirklich. Vor allem, weil da sind dann auch Dokumentationsfilme darüber gedreht und ich meine, ich finde das äußerst spannend, was die Menschen sich da so zusammen reimen, zusammen klabüstern und so etwas. Und ich finde die Entdeckung der Wissenschaft wirklich okay und wirklich auch spannend. Und noch etwas, die Bilder aus dem Wälderaum finde ich atemberaubend schön. Und das sind sie auch, glaube ich. Also ich denke es zumindest so. Und ich kenne keinen, der das nicht findet. Aber diese Bilder werden ja wohl kaum zustande gekommen sein, wenn es sich irgendwelche Leute gegeben hätte, die das ausgetüftet haben und die das richtig studiert haben und die richtig alles daran gesetzt haben, das, was sie studierten, auch zu verstehen. Ich hätte auf Bilder aus dem Universum lange warten können, die auf der Erde, wenn nicht irgendjemand die Fotografie erfunden hätte und wenn nicht irgendjemand angefangen hätte zu filmen oder einen Wälderaum-Teleskop nach da oben zu schießen. Und dazu brauchen wir ja wohl eine bestimmte Technik. Und wer sollte das gemacht haben? Na, die, die studiert haben. Also werde ich mich hier wohl nicht hinsetzen und die Wissenschaft erfüllen. Auf gar keinen Fall. Aber die Schlussfolgerungen, die sie für das Leben ziehen, führen die Menschen in die Irre. Und das gefällt mir nicht. Und darum sage ich das hier auch andauert. Was immer dir die Wissenschaft beweist, was immer dir die Politik beweist ist, was immer dir die Gesellschaft dir erzählt, zunächst einmal denke daran, in meinem eigenen Licht lösen sich meine eigenen Blockaden, Hindernisse, Verkrampfungen, Verknotungen, Verspannungen generell auf. Denn jeder Ärger, jede Krankheit, jedes finanzielle Problem, jede Spannung, Ehekrise, was auch immer, das sind Verspannungen, nicht mehr und nicht weniger. Und die können sich in deinem Leben nicht absolut auflösen. Es kann sein, dass der Mensch, der dir diese Verspannung eingebrockt hat, sich dann aus deinem Leben verabschiedet. Ja, aber dann ist es ja auch nicht weiter tragisch, nicht? Denn wenn dieser Mensch zur Verspannung beigetragen hat, dann brauchst du ihn ja nicht mehr. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Unbedingt müssen wir das verstehen, denn sonst haben wir ein kleines Problem. Wir bleiben ja da verspannt. Und dass viel das im Leben so ist, bleibt das hier einfach nur stillstehen. Nein, es geht weiter und führt zu mehr Verspannungen. Sorge ich nun mit dem, was ich sage, für Verspannungen, sage ich, sorge ich für Irritationen, für Wut, für Zorn, ähnliches, ja, dann werde ich wohl eine ganze Menge damit zu tun bekommen. Und das ist darin, warum ich es nicht tue. Ganz im Gegenteil, ich sage jedem Menschen, du kannst in deinem eigenen Leben deine eigene Verspannung auflösen, wenn du nur erkennst, dass du selber das Licht bist, in dem sich deine Verspannungen auflösen. Alle. Alle. Da gibt es keine Ausnahme. Bei dieser Regel gibt es ja auch gar keine Ausnahme. Und außerdem gibt es von einer Regel niemals eine Ausnahme. Ich meine, ein Apfel fällt auch nicht aus, und sei es immer noch um. Der fällt auch unten. Und das hat was mit der Anziehungskraft zu tun. Denn alles, was du denkst, alles, was du sagst, hat eine Anziehungskraft. Das heißt, mit allem, was du denkst, mit allem, was du sagst, siehst du etwas in dein Leben. Ein einziges Mal gedacht und gar mal nicht. Zwei, dreimal auch nicht. Aber ein immer wiederkehrender Gedanke, der immer wieder auftaucht. Ja, aber hör mal, der zieht doch genau die gleiche Energie an. So, was passiert jetzt, wenn du immer wieder dazwischen schaltest, in deinem Tagewerk sozusagen, ich bin weißes Licht, und in meinem weißen Licht lösen sich meine Verspannungen auf. Was passiert dann? Du wirst einer Unmenge Kristallenergie begegnen, und du wirst sie auch bekommen. Und was noch mehr ist, bekommen tun sie nämlich sowieso alle, was noch mehr ist, ist, du hast jetzt eine Anziehungskraft dafür, und jetzt kannst du sie auch empfangen. Jetzt kannst du sie auch einlassen. Mit anderen Worten, deine innere Tür geht dafür auf. Und erzähl mir jetzt nicht, dass du dir das nicht vorstellen kannst, dass du nicht auch ein paar Genossen hier auf der Erde kennst, wo die Tür dann nicht so weit auf geht. Man könnte auch sagen, sie bleibt geschlossen. Es gibt so ein paar. Es gibt ja einige, die haben echt ein geniales Leben hier gehabt, echt ein geiles Leben. Sie haben leider nur vergessen, dass sie das geile Leben, was sie da so hatten, auf Kosten eines anderen Menschen führten, oder auf Kosten sehr vieler Menschen führten. Und dann ihr Denken total blockiert. Und besser gesagt, sehr, sehr schwer machte. Das Ignorieren von unanträglichen Fakten ist sehr schwer. Denn hier geht's los. A, gehört das Eingeständnis dazu. Verdammt, diese ganzen Probleme habe ich nur, weil ich es mir mal früher selber eingebrockt habe. B, aber wenn ich es mir eingebrockt habe, dann wird es auch durch mich frei. Aber da muss ich eben auch immer dabei bleiben, wo es denn frei werden kann. Und frei werden tut es immer, in einer höheren Schwingung, in einer hoch, einer kristallklaren Energie, in einer Kristallschwingung, in einem weißen Licht, in einem kristallweißen Licht. Da wird es immer aufgelöst. Auf der Stelle. Wie ein Eiswürfel in einem wirklich 2000 Grad heißen Backofen. Der ist in der Pünz, fast bei Sekunden ist er nicht mehr da. Das ist weg, ist er. Das heißt, das geht sehr schnell. Aber es hängt eben von deiner Lichthelligkeit ab und auch von dem Licht deines Bewusstseins. Und auch davon, inwieweit du wirklich klipp und klar dabei bleiben kannst. Ohne gleich mit allen Menschen darüber zu reden und ohne alle Überzeugung zu suchen. Ich meine, ich versuche hier Menschen davon zu überzeugen. Aber ich versuche sie, und ich hoffe, das ist mittlerweile klar und hoffentlich ein bisschen bekannt, dass ich hier nicht euch irgendwelche Präparate verkaufe. Ich meine, ich halte hier nichts in der Luft und sage hier, das musst du mal kaufen. Also nichts da. Da gibt es nichts. Es reicht an deinem Bewusstsein. Alles, was du in deinem Leben vorfindest, spiegelt dein Bewusstsein wieder. Auch dein Bewusstsein dafür, ob es ein Problem ist oder nicht. Vieles ist es auch in meinem Leben, wo ich denke, naja, das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht. Nein, wirklich nicht. Aber es steht auch kein Problem da. Und solange es kein Problem da steht, der Margot, dann steht es ja eben rum. Also früher oder später nützt sie das auch, wenn gut ist. Und ich bin weg. Punkt. Aus. Ende Schluss. Ende der Debatte. Was regen wir uns aber auf? Das ist der ganze Witz da. Das Pudels Kern hier, dass das so wenig Menschen begreifen wollen, ist, dass für so viele Menschen so viel auf dem Spiel steht. Viele Menschen können es sich schlechter und denkst nicht leisten, dass das Go der Menschen das begreift. Ich habe das Gefühl, dass sich viele, die sich in unserem Zeitalter verirrt haben, dass die einfach ein paar Jahre zu spät kommen. Ich weiß, dass es da irgendwie eine Frau gibt, die auch manchmal die Nachrichtensendungen moderiert, irgendwas, mit einem Blick, als drücke sie die Schwere der Welt auf ihrer Schulter. Und natürlich ist sie für Interaktionsfreudigkeit und natürlich ist sie gegen Ausländerhass und natürlich ist sie gegen Immigrationsfeindlichkeit und natürlich ist sie dafür und so weiter. Sie hat nur leider in ihrem schönen Wahn vergessen, mit, ich verzeihe, sie hat dann in ihrem schönen Wahn vergessen, dass man für dieses traumhafte Leben, wo alle Menschen Brüder sind und sich ja alle so ganz gut verstehen, leider Gottes eine sehr hohe Schwingung braucht, die alle Menschen sich ohne so eine Weile dann zu bekommen. Ja, dann haben wir natürlich Pech. Mehr kann ich einem Herrn Klaus Kleber, einer Petra Gerste und allen anderen Moderatoren, die sich so im Dreck sohlen, wie die Schweine im Dreck oder wie die Fliegel im Sirup nichts sagen. Denn sie gefallen sich alle so sehr darin, gegen die Unrechtlichkeit zu kämpfen. Sie lieben es geradezu. Dann haben wir noch auf Facebook eine ganze Fille von Kandidaten, die also sagen, das ist doch ein reiches Land. Das können wir doch wohl alle aufnehmen können und alle durchfüttern können. Das so aufnehmen und durchfüttern ist kein Problem. Das nicht. Auch nicht ihnen allen Obdach und etwas zu essen zu geben ist ein Problem. Durchaus nicht. Das Problem aber ist, wie die Menschen denken. Und das vertärbt ihre eigene Energieströmung. Und leider wissen sie auch nicht, weder die einen noch die anderen, dass dadurch, wenn die eigene Energieströmung sehr dunkel ist, früher oder später die ganze Suppe dunkel wird, das vergessen unsere Klimaaktivisten so gerne und das vergessen unsere Tierschützer so gerne und das vergessen auch unsere veganen Freunde so gerne. Ach Gott, ja. Wie schön ist das für allen Menschen zu erzählen, dass sie selber vegan leben und dass man das mal ein oder anderen tun auch tun sollten. Und wie traurig das doch ist, dass man Tiere schlachten muss. Die Idioten haben wirklich vergessen, dass alles eine Energiewandlung ist. Alles. Ich meine, du isst ein Schnitzel oder isst ein mein Gott doch mal, dann isst halt ein Gemüsesalat oder isst ein Salat oder was. Aber die Energie dieses Salates oder dieses Stück Fleisches oder dieses Blumenkohl oder was auch immer du gerade isst, wandelt sich jetzt in deine Energie um. Da kann ich so schwer zu begreifen sein. Und je höher deine eigene Energie ist, desto besser ist das für alle. Auch für das Schwein, das du gerade in Ansätzen gegessen hast. Auch für die Heuschrecke, die du vielleicht gerade zu dir genommen hast. Ich meine, es gibt da welche, die essen Insektennahrung. Ich finde das also weder eklig noch nicht eklig. Es ist ganz einfach so. Aus einigen Ländern wird das eben gegessen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ich einem Menschen, der sich von Mons bis Anwalt oder der von Fleinen auf gewohnt ist, Insekten zu essen und der sie überhaupt gar keine Probleme hat, da irgendeine Spinne auf den Grill zu legen. Wenn ich dem jetzt sagen will, Gitte geht das ja ekelig, dann sage ich ihm, dann sage ich ihm ein Schwein. Lecker! Ach nee Leute, das kann ja nun nicht sein. Das ist da nämlich unverstellbar. Wie kann man etwas, was einen so treu sich anguckt, dein Essen? Ja, eben, ne? Ich möchte kurz dazu sagen, es ist alles eine Frage von Distanz und von Nähe. Das gilt auch für deine Probleme. Alles eine Frage der Distanz oder der Nähe. Über etwas, was dich jetzt im Augenblick furchtbar aufbricht, wo du an die Decke gehst, wo du nur noch heulen könntest, wo du einfach traurig bist, wo du völlig deprimiert bist und so weiter. Glaub es mir oder glaube und verstehe es nur. Wenn du einen sehr großen Abstand dazu hast, interessiert dich der ganze Dreck überhaupt nicht mehr. Unmöglich. Ja, sag mal, warst du denn noch nie verliebt? In dem Augenblick, wo die Liebe zu dem anderen erloschen ist, interessiert dich das auch überhaupt nicht mehr, was der macht. Natürlich nicht. Vor einem halben Jahr hätte es dir noch die Welt bedeutet. sonst hätte es nicht mehr. Das ist eine, das müssen wir doch mit der Meinung verstanden haben. Aber etwas gibt es in deinem Leben, was du auf gar keinen Fall verlassen solltest. Dein Dual. Denn dein Dual ist wirklich das, wirklich das eigenes Licht, die Kristallenergie, die Heilung per se. Weil dir es dir immer wieder diese Heilung zugeben könnte. Es könnte immer wieder Licht und immer wieder Licht und immer wieder Freude und immer wieder Kristallenergie in dein Denken speisen. Das würde immer wieder gehen. Du müsstest nur wissen, dass es bei dir ist. Aber einige haben sich davon so weit entfernt, dass selbst diese wenige Spanne, was sich ja von deinem Dual hier auf der Erde trennt, wirklich wie eine Panzertür wirkt, wo nichts mehr durchkommt. Und aus diesem Grund musst du zusehen, dass du innerlich wieder aufbrichst, dass du das überhaupt wieder in dir befreist. Du musst ja nicht mit einem Menschen darüber reden, und wie so peinlich. Mein Gott, irgendwann bist du ja immer für dich alleine und dann so, ach, endlich allein. Hallo, wie geht's dir? Und dann kann der Austausch wieder beginnen. Und wenn du morgens aufwachst, ich meine, ich wache mittlerweile immer mit dem Bissen auf. Also in meinem Weißen nicht, lösen sich meine Verspannungen auf. In meinem Weißen nicht, lösen sich meine Probleme auf. Da denke ich schon manchmal, hallo, guten Morgen. Also mein Schulungsgeist hier. Leiten, beginnen. Mit anderen Worten, beginne mich zu leiten. Wir beginnen mich hier durch mein Leben zu finden. Nicht wenige von euch haben ein Navigationsgerät. Und da kann man doch die Zielbahn, die Zielstrecke eingeben. Nicht wahr? Das Endziel, die Zieleingabe. Und wenn man nun die Straßen eingibt, dann muss man ja, sagen wir mal, du gehst in die, keine Ahnung, Ossetsky-Straße, B irgendwo in Mannheim, ich weiß nicht, ob es überhaupt keine gibt, aber das ist ja nur ein Beispiel. Jetzt gebe ich das ein. Erst das O, dann das S, dann das Z und so weiter. Und immer mehr Buchstaben verschwinden von der, von dem Display. Weil ja nur nicht mal allzu viele Möglichkeiten gibt, weil so viele Straßen haben, beginnen ja nicht mit O, S, Z. Und schon gar nicht in Mannheim. Also ich habe keine Ahnung, ob es in Mannheim dieses Straßen gibt, aber gar nicht erfunden, aber gar nicht erfunden. Aber du verstehst, was ich meine. Und genau so ist das in deinem Leben auch. Immer mehr Ziel, Ziel, Endbahnhöfe sozusagen verschwinden von deiner, von deinem, von deinem Lebensweg, weil du die mit der Vorgabe, die du jetzt gerade hast, nicht mehr erreichen kannst. Ist dein Denken nun aber voll von, ich bin aber weißes Licht und meine Gedanken befreien mich und meine Gedanken erhellen mein Licht und mein Licht erhält meine Gedanken und meine Gedanken erhellen mein Licht. Und so gehe ich immer vor, das denke ich immer, das denke ich auch, wenn ich in die Küche gehe und da was weiß ich, was ein Ei brate oder sonst irgendwas. Ständig denke ich daran, dass ich weißes Licht bin und immer weiß ich, dass ich meine Probleme bei dem jeweiligen Kram, den ich ja gerade tue, dass alle Verknotungen sich sofort auflösen. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Aber dir wird auch klar sein, dass das Übung den Meister macht. K.T. Witt gilt als eine der erfolgreichsten Eiskunstlörfer der Welt. Ich glaube, Eiskunstlörferin der Welt. Aber ich nehme mir nicht an, dass sie mit neun Jahren schon so Eis laufen konnte, wie sie später mit 16 konnte. Sie musste es üben. Immer wieder üben. Und nicht bloß auch dem Eis. Ich nehme an, dass der Ballettunterricht dazugehörte. das musste auch alles einschuldet werden, bevor sie da aufs Siegertröpfchen konnte. Und ich will damit sagen, dass man irgendwie für alles, was man erreichen will, dass man dafür eine Navigation des Lebens braucht. Aber warum nimmst du da nicht gleich dein Dual? Denn dein Dual verriert dich ganz bestimmt nicht. Denn eines ist sicher. Alles, was du hier erlebst, erlebt dein Dual auch. Ich erzähle mal einen kleinen Schwanker aus meinem Leben, ja? Ich hatte, als ich so mit meiner Glaubenskarriere anfing, das war so Mitte der 90er Jahre, da kam ich irgendwie in einen Gottesdienst, weiß der Himmel wieso, und anschließend gab es noch so, so konnte man jeder so sein, noch mal kurz innehalten, für sich selber noch so ein Zügespräch mit Gott anfangen und so etwas. Und auf einmal fing ich so an zu heulen. Also, ich kriegte mich wirklich wieder ein. Ich war am heulen, am heulen, am heulen. Und dann kam eine Liste sich aus einer anderen Gruppe und sagte, Jesus hat mir gerade gesagt, als du so weintest, als du da erlitten hast, da hat er mit geweint. Und dann weinte ich noch mehr. Weil ich nämlich wusste, dass Christus bestimmt nicht mit dir leidet. Der nicht. Nicht Christus. Weil er kann es nicht. Denn er ist der Vorsteher oder er ist die stärkste Kraft der Kristallenergie. Ich kann es so weitergeben, weil ich es auch denke. Ich kann es mir vorstellen. Es muss ja was Besonderes mit Jesus Christus sein, sonst würde ich ja nicht 2000 Jahre nach seinem Tod immer noch von ihm reden. Da muss ja was dran sein. Aber wie es auch immer ist, Christus selber leidet nicht mit dir. Auf gar keinen Fall. Er gibt die Kristallenergie, damit du das Leid überwindest. Ja. Aber es gibt etwas in deinem Leben, das leidet wirklich mit dir. Dein Dual. Aber dein Dual ist genauso randvoll mit Kristallenergie wie Jesus Christus selbst. Nur, es hat mit dir einen sehr persönlichen Bezug. Es geht jeden Schritt mit dir. Wirklich jeden Schritt mit dir. Wo immer du dein Dual hinfährst, es geht mit. Und manchmal bricht ihm dabei das Herz. Dein Dual schon. Weil es will eine Nähe zu dir. Es will mit dir zusammen sein. Es will mit dir verwachsen. Es will mit dir wieder eins sein. Und vieles, was wir tun, entfernt uns genau von ihm. Und es bricht deinem Dual, Buchstabieters Herz. Es liebt dich so sehr, wie du irgendwann mal irgendeinen Mensch geliebt hast. Wir waren ja schon alle mal verliebt. Und wir wissen, wie das ist. Wie irre man verzweifelt ist. Wie irre man verliebt sein kann. Und das kotzt einen an, wenn man, oder es ist einfach furchtbar, wenn der Mensch einem überhaupt nicht beachtet. Das ist wirklich furchtbar. Und so wie dein Dual sich verzweifelt, nachdem dir die Augen ausgeschaut hat. Obwohl es immer ganz genau wusste, wo du bist. So möchtest du bitte wieder dein Glück dahin richten. Einfach nur, damit ihr wieder eine Einheit bilden könnt. Damit ihr gut euer Leben besteht. Versteh mich bitte recht. Es ist euer Leben. Es ist auch dein Leben. Natürlich ist es dein Leben. Klar, du bist der Einzige, der von euch beiden hier für uns alle sichtbar ist. Aber hinter dir steht ein Dual. Und hofft nur, dass du mit allem, was du denkst und mit allem, was du tust, eine Verbindung zu ihm kriegst. Nun, wenn du wissen willst, wie dein Dual heißt, also ich kann hier nur einen ganz allgemeinen Tipp geben, nämlich den, also es ist meistens die Vermännlichung oder die Verweiblichung des eigenen Vornamens. Aber es gibt auch welche, die heißen halt irgendwie, weißen halt irgendwie einen Doppelnamen oder sowas, aber dann musst du gucken, bei wem du dich wirklich wohlfühlst. Auf einmal schießt dir das den Sinn. Und wenn dir etwas durch den Sinn kommt oder in den Sinn kommt, stell das jemals in Frage. Frage dich nur, gebrauchst du das jetzt? Kannst du es jetzt überhaupt gebrauchen? Und wenn nicht, dann lass es den Frieden wieder ziehen und sage, du, jetzt im Augenblick nicht, aber vielleicht ein andermal, aber jetzt im Augenblick geht es nicht. Ich kann jetzt im Augenblick damit jetzt nicht anfangen, außerdem, Verwirrung kannst du jetzt schon gar nicht gebrauchen. Was du jetzt immer gebrauchen kannst, aber keine Verwirrung. Also alles möge bitte dein Licht erhellen, damit deine eigenen Probleme sich in deinem Licht auflesen können. Davon rede ich ja die ganze Zeit. Mehr ist das auch nicht. Und für den Fall, dass der eine oder andere noch daran zweifelt, was ich jetzt sage, mal gucken, wie lange das so geht und was du dann wohl anschließend noch sagst. Also nee, nee. Meine Botschaften sind natürlich gratis in Frankreich. Natürlich. Ich kann euch doch nun hier keine Tüche Sonnenschein verkaufen. Ich mache das hier einfach nur, damit das Leben für uns alle leichter wird. Denn es ist natürlich für mich auch, es ist für mich erheblich leichter, in einem Leben zu leben, in dem alle Menschen wissen, dass sie mit allem, was sie sagen, mit allem, was sie tun, ihren eigenen Energiestrom wieder freikriegen und damit anderen keine Probleme mehr machen. Als wenn ich in einem Leben lebe, lauter Menschen, die das selbst auch nicht wissen. Also die das selbst nicht wissen. Das ist blöd, weil dann muss man immer so diese ganz schmalen Seitengassen da benutzen, um von denen wieder wegzukommen. Ach Gott, das ist alles so ärgerlich, weil es braucht nicht. Das ist überhaupt komisch, das Wort ärgerlich, weil vieles in meinem Leben, was ich vorher immer so als hochdramatisch gefunden habe, so die größte Katastrophe, sehe ich jetzt nur noch als ärgerlich. Also auch ärgerlich, dass das hier aber noch passiert, weil das kann eigentlich gar nicht mehr. Aber mehr ist es ja noch nicht. Es ist nur ärgerlich. Mehr nicht. Eine Scheidung, der Tod des Ehegatten, der finanzielle Zusammenbruch, diese tödliche Diagnose oder was auch immer. Letztendlich ist es ärgerlich. Mehr nicht. Eine Störung im Energiestrom. Mehr nicht. Kann weg. Kann sogar sehr schnell weg. Es kann sogar sehr, sehr, sehr schnell weggehen. Es muss sich ja nur in deinem Licht auflösen. Es kann langsam gehen oder es wird langsam gehen, wenn du noch gar nicht begriffen hast, dass du selber weißt, dass du nicht bist. Da musst du dir erstmal, du musst erstmal, es gibt jemanden, den du davon überzeugen musst. Dich. Das musst du erstmal kapieren. Diese Erkenntnis kommt einem, die fällt ja nicht so vom Himmel. Also, man sieht es zwar auf einmal, aber, oh Gott. Und dann steht ja diese Phalanx von Gedanken, die man alle gedacht hat, als man das noch nicht gewusst hat. Ringer, das kann manchmal ganz schön ja, okay. Und ich würde, eigentlich schade, dass ich nur, dass ich ja nur nicht alle erreichen kann. Das ist eigentlich blöd. Ich würde jetzt zum Beispiel, fangen wir mal anders an. Stell dir mal vor, ich habe die Möglichkeit, das einem Donald Trump zu sagen. Das würde ich uns gerne tun. denn der Junge kann, der kann unglaublich großes Glück haben. Der kann wirklich sehr viel Glück haben. Sogar sehr viel, weil er sich gar nicht geträumt hat. Aber das Problem ist, er hat es nicht. Er wird es nicht haben. Denn er hat sich selbst so eingefleischt, in dem gefaselt, was er da erzählt hatte, dass er das mittlerweile selber glaubt. Er ist mittlerweile selber in diesem Wahn drin. Und darum wird er das so schwer haben, das wieder zu verlassen. Dass ihm Massen geglaubt haben, dass ihm Massen, äh, 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 alte Sklavenbesitzer und, 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 äh, diese ganzen, diese ganzen Südstaatner, äh, ihm da folgen und sich da von ihm verwirren lassen, daran trägt er keine Schuld. Das ist ein schlimmer Fehler der Massen, die ihn gewählt haben. Aber, bei sich selber müsste er sich eigentlich entschuldigen und sagen, oh Gott, ich konnte ja nicht an, dass, ich konnte ja nicht an, dass es so läuft. Das wusste er nämlich wirklich nicht. Und jetzt muss er diesen Weg wieder kriegen. Das ist für ihn sehr schwer. Also, wenn es in der nächsten Zeit heißen wird, John und Scham, da für Frau gesprochen, da, diese Anfrage, da ist fein gelassen und sich dann alle darüber aufregeln, wie kann das sein, dass der Mann da frei, frei rauskommt? Na, mach dir keine Sorgen. Was das angeht, haben wir alle einen langen Weg wieder vor uns, um die ganzen Irrtümer, die wir allen anderen aufgebürdet haben, einschließlich uns selbst, um uns davon wieder zu befreien. So einfach ist das nicht. Das würde ich auch gerne zu einem Putin sagen oder zu irgendeinem Machthaber in irgendeinem anderen Land. Aber die Möglichkeit habe ich nicht. Obwohl einige Deutsch sprechen. Aber sie werden meine Worte nicht hören. Auch nicht hören wollen. Und eine ausgepfiffte Medienwelt, die sich also von außer Rache Gedanken nicht mehr zu lassen weiß, will das auch nicht hören. Tja, jetzt kommt es drauf an, die Worte, die du jetzt gehört hast, der hast du eben gehört. Jetzt habe ich dir etwas eingebrockt, was? Tja. Keine Rache Gedanken mehr. Keiner Tag der Abrechnung mehr. Keine, äh, schlussendliches, äh, klärung, klärendes Gespräch. Äh, keines, äh, nicht, jetzt bringen wir sie erstmal alle mal vor Gericht oder sonst irgendwas mehr. was der Kerl mir angetan hat, weißt du eigentlich, wie alt ich war, weißt du, ich war doch erst sechs oder was weiß ich was alles. Ja, das Problem war, dass du in der Nähe von so etwas warst. Und dahin hast du dich nicht erst in diesem Leben, in dieses Leben begeben. Das setzt eine lange Reihe von Inkarnationen voraus. Und, entschuldige bitte einmal, ich habe wirklich keine große Lust, irgendjemandem darüber zu diskutieren, ob es Inkarnationen wohl wirklich gibt oder nicht. Und ob man mehr als einmal geboren wird oder nicht. Wer noch in diese Regel gehört, hat auf meinem Kanal nichts zu suchen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die, die mir zugehört haben, das durchaus begreifen können und auch begreifen wollen. Weil die nicht wirklich aus dem Schlammesser raus wollen. Und sich nicht so an zu ergötzen, anderen Probleme zu machen oder bei Problemen zu debattieren. Während ich spreche, findet gerade irgendwo anders eine Versammlung statt, um dann die neuesten Pläne für den Schutz der Natur und für die, also die neuesten Pläne für Klimaaktivisten zu entwerfen. Wissen Sie eigentlich, was Sie sich antworten? Nein, das wissen Sie nicht. Und da Sie meine Worte nicht hören wollen, werden Sie es auch nicht wissen. Nur weil Sie es nicht von mir wissen wollen, ist das durchaus kein Grund. Dann hören Sie es eben von jemand anderem. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie es generell nicht wissen wollen. Ob Sie es nur von mir nicht wissen wollen oder von jemand anderem nicht wissen wollen, das spielt gar keine Rolle. Der Fakt ist, dass Sie dieses Wissen nicht an sich heranlassen. Und darum machen Sie es sich ja auch noch so schwer. Und jetzt sag mir mal, was daran so schwer sein soll, zu begreifen, dass Sie im eigenen Licht, in der eigenen Energie, in der eigenen Kristallenergie, die Dich ja andauernd überschüttet, dass Sie daran deine Probleme auflösen. Was ist daran so schwer zu begreifen? Die Antwort ist, dass es nicht schwer zu begreifen ist. Aber das Loslassen ist ein Problem. Wenn man gerade so schön in den schönsten Racheplänen war, oder sich so gerade ausgemeint hat, wie schwer ist denn da wohl der Anderrat. Oder wie zu wie viel hohen, oder zu was für einer hohen Strafe er wohl verdonnert wird, und wie viele Jahre er wohl kriegen wird. Tja, Leute. Das ist der beste Weg, einem selbst die Tür vor der Nase zuzumachen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich danke Dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Dir eine wunderschöne Zeit und einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche Dir sowieso eine gute Zeit. Ich glaube, das ist das Spannendste, mit der Raum und Zeit. Mir fällt es gerade noch ein. Es ist schon erstaunlich, wie viele Jahrhunderte wir uns jetzt mit dem Phänomen Raum und Zeit beschäftigen, aber nicht auf die einfachste Lösung gekommen sind. Wisst Ihr, ich habe einmal eine Dokumentation über Raum und Zeit gesehen, und da wurde versucht, die einsteinische Relativitätstheorie so zu erklären, das Phänomen ist ja das Zeit, dass die Ereignisse, die Prozesse, dass sie den Raum krümmt. Nicht die Zeit krümmt den Raum, aber das, was in dieser Zeit passiert, krümmt den Raum. Das könnte man sich vielleicht so vorstellen, wie mit einem Strudel. Und dann habe ich einmal einen guten Vergleich gesehen. Ein Boot fährt, startet vom Strand und zieht jetzt ins zweite Meer hinaus und immer konsequent geradeaus. Immer. Der Kurs zeigt immer Richtung Norden. Norden, Norden, Norden. Nur da geht es lang. Und jetzt kommt ein Strudel. Das ist fast, als hätte man aus einer Badebahn Stötze gezogen. Dann steht da so ein kleiner Wirbel. Aber der Bootfahrer weiß das nicht. Aber das Boot lenkt jetzt in diese Rotation, steckt jetzt in die Rotationenbewegung ein. Und obwohl der Kurs immer noch nach Norden geht und der Bootsfahrer brennt sich immer noch daran, immer noch Norden zu fahren, fährt er immer wieder im Kreis. Das ist das, was uns passiert hier. Wir glauben, es geht immer irgendwie vorwärts. Aber eigentlich rotieren unsere Gedanken uns immer wieder um einen bestimmten Gegenstand. Um ein bestimmtes Thema. Alles Mögliche. Und jetzt kursierst du, obwohl du dich frei fühlst, obwohl du nachweislich nicht an, also keine Handschellen trägst und auch nicht irgendwo an Ketten geschmiedet irgendwo hängst. Bevorher willst du dich ja frei. Aber eigentlich rotieren deine Gedanken immer um das, worum sie auch gestern schon kreisten. Und auch vorgestern. Eigentlich rotierst du dich ja immer irgendwie ein. Das ist die Zeitgründung, von der Einstein sprach. Kompliziert, mit der Relativitätstheorie garniert und so weiter und so fort und die an Haufen Wissenschaftler waren begeistert. Der Rest der Welt kapiert das natürlich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, Mathematik zu studieren. Aber das Phänomen reicht mir, um das zu begreifen, um mein ganzes Leben zu begreifen. Solange meine Gedanken immer um mein weißes Licht kreisen, solange wird mein Licht heller. Solange mein Licht aber heller wird, desto mehr Probleme lösen sich in meinem Leben auf. Und ich habe dazu keine Berührung mehr. Die Probleme selbst werden immer bestehen bleiben. Jemand, der die gleiche Erfahrung machen möchte, will das Problem wieder vorfinden und darum wird das Problem immer weiter bestehen bleiben. Es ist nicht meine Aufgabe, die Probleme aufzulösen, es ist meine Aufgabe, mich davon zu entfernen. Tja, und das wird ein schöner Schock für einige Nachrichtensprecher werden lassen. Einige Nachrichten-Moderatorin. Ich hatte gestern gehört, dass mittlerweile ist ja ein reines Verlesen der Tagesthemen sozusagen, der Nachrichten, ist ja praktisch gar nicht mehr. Wir bekommen die Nachrichten immer serviert mit irgendwelchen Kommentatoren von irgendwelchen Leuten, die mich gar nicht interessieren. Also ich will damit sagen, dass die einzige Nachrichtensendung, die noch die Nachrichten wirklich nur verliest, das sind die Tagesthemen. Selbst in den Tagesthemen oder auch die anderen Tagesschauern, in der anderen wird irgendjemand quakt dazwischen. Irgendjemand erzählt mir seinen Kommentaren, der mich auch nicht interessiert. Ich meine, ich sehe ja, was da passiert und dann kann ich mir ja nur noch meine eigene Meinung gebilden, und dass mir da jemand reinquatscht. Aber genau das haben wir hier uns zur guten Gewohnheit gemacht. Was mir überhaupt nicht gefällt. Ich sehe das also im ZDF-State schon lange keine Nachrichten mehr, weil die mir alle zu viel ihre eigene Meinung da aufbürden, die mich überhaupt nicht interessiert. Und ich möchte mich nicht pausenlustig aufregen, weil der andere da wo quakt. Aber die Menschen lassen sich daran einrotieren. Darum bewegen sie ihre Gedanken auch in diesem Quatsch dann. Und prompt sind sie ein Teil davon. Und dann ist die Selbstheilung natürlich essig, ne? Okay, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Alles Gute. Das heißt, wenn du siehst, dass ich gerade gesagt habe, du sollst keine Nachrichten mehr sehen. Du kannst Nachrichten gerne sehen. Aber du ratelst sie mit einer gewissen Ruhe, mit einem gewissen Abstand. Mit einem gewaltigen Abstand. Das und das passiert hier noch, aber was hast du jetzt genau damit zu tun? Ich bin weißes Licht. Also meinem weißen Licht, meinem Licht lösen sich meine Probleme alle auf. Und je mehr Probleme sich in meinem Licht auflösen, desto heller ist mein eigenes Licht. Das ist so eine Win-Win-Situation. Bis zum geht nicht was. Wenn ich etwas Licht habe und jetzt löse ich mein Problem in meinem Licht auf, dann habe ich mehr Licht zur Verfügung und mehr Licht zur Verfügung und mehr Licht zur Verfügung. In der Bibel haben wir gehört, irgendjemand bekommt da zwei Talente und dann macht er daraus vier. Und dann wird er dafür auch noch bedroht. Toll. Verstehen wir das bitte nicht? Oder verstehen wir es doch bitte endlich mal? Niemand gibt dir ein Talent. Aber in dem Moment, wo du gegriffen hast, dass du selbst nicht bist, wirst du dir dadurch, dass du deine Probleme alle auflöst, nämlich in deinem Licht, dein eigenes Licht erhellen. Und so lösen sich deine Probleme auf. Am Anfang geht das noch schleppend, zäh, mein Gott. Und das ist dann auch anstrengend, noch, aber irgendwann lässt das nach. Ich wünsche dir wirklich alles gut. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir wirklich alles gut. Vielen Dank.